Sehr verehrter Herr Präsident, sehr verehrter Herr Ministerpräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Unser Land befindet sich an einem Scheidepunkt zwischen Demokratie und Bürgerrechten auf der einen Seite und übergriffiger den Bürger immer mehr unterdrückender Politik auf der anderen Seite. Sehr verehrter Herr Ministerpräsident, als wir hier im Landtag über das Infektionsschutzgesetz diskutiert haben, sagten wir als Alternative für Deutschland ganz deutlich, dass wir dieses nicht mittragen. Wir haben Sie als Ministerpräsidenten unseres Landes eindrücklich darum gebeten, die mit dem Infektionsschutzgesetz einhergehende Macht der Einschränkungen von Bürgerrechten nicht auszunutzen. Vielen Dank. Angesichts der heute hier dargestellten Regierungserklärung müssen wir aber leider ganz klar feststellen, dass die Aushebelung unseres Grundgesetzes immer mehr in den Mittelpunkt der hessischen Landesregierung rückt, welche Schritt für Schritt die Bürger unseres Landes dazu bringen möchten, ihre Grundrechte als Privileg anzusehen, welche sie sich verdienen müssen und die Politik ihnen dann gnädig zugesteht. Wir erleben eine Politik der kleinen Schritte. Moralisch aufgeladene Argumentationsketten, welche nur noch einseitig dargestellt werden, keinen Widerspruch mehr zulassen und Menschen, die eine dezidiert andere Meinung vertreten, gesellschaftlich ausgrenzen und ihnen ihre dem Grundgesetz entsprechenden Grundrechte Stück für Stück nimmt. Diese Ausgrenzung erfolgt aktuell über eine Corona-Politik der Landesregierung, welche seit nunmehr fast zwei Jahren katastrophal scheitert. Sie sagten öffentlich aus, Herr Ministerpräsident, und auch eben hier, dass die Ungeimpften für die derzeitige Situation die Verantwortung tragen würden. Und das stimmt definitiv nicht. Bei der Verleihung des hessischen Kulturpreises zum Beispiel saß das gesamte Publikum nach der 2G-Regelung dicht an dicht. Mit dabei hat Rosten als Laudator ohne Masken, ohne die von der Stigo geforderten Hygienemaßnahmen, auch für Geimpfte umzusetzen, obwohl im Audimax die Möglichkeit gewesen wäre, auch mehr Abstand zu halten. Sie beklagen, dass sich nicht genügend Bürger impfen lassen, und die hessische Landesregierung feierte unterdessen eine Corona-Party nach der anderen. Da verliert man seinen Glauben an die Fachkompetenz sowohl von Ihnen, der Ministerpräsident, insbesondere aber an der von Herrn Drosten. Um es ganz deutlich zu sagen, Ihr Irrtum bestand nicht darin zu sagen, dass es keine Impfpflicht geben wird. Ihr Irrtum besteht aktuell darin, eine solche zu fordern und sich nicht mal bei all jenen zu entschuldigen, denen Sie und andere vor der Bundestagswahl schlicht Unrecht getan haben. Was also maßen Sie und andere sich an, nach solchen folgenschweren Irrtümern sich jetzt hier so selbstsicher hinterstellen und einer Impfpflicht das Wort zu reden? Sie sprechen, Herr Ministerpräsident, auch heute noch von einer Immunisierung, die es definitiv nun mal nicht gibt. Wenn wir wissen, dass wir aufgrund neuer Erkenntnisse jeden Tag hinzulernen, dann kann und darf es nur eine ergebnisoffene Wissenschaft und damit verbundene Dialoge geben, anstatt wissenschaftliche Ergebnisse und Meinungen, die nicht der Regierungsparteien entsprechen, gar nicht mehr zuzulassen. Genau das geschieht aktuell in unserem Land. Und so werden die Menschen unterteilt in Geimpfte und Ungeimpfte, sogar vom eigenen Ministerpräsidenten, der für sie die politische Verantwortung trägt, und anstatt Stück für Stück aufzuarbeiten, was seitens der Regierung völlig aus dem Ruder gelaufen ist und durchaus besser gemacht hätte werden können, erhalten wir von Ihnen eine Regierungserklärung mit der Überschrift Hessen handelt in Verantwortung für die Menschen zum Schutz von Gesundheit und Freiheit. Das ist schon eine Frechheit und ein Schlag ins Gesicht der hessischen Bürger, angesichts der neuesten Verordnungen, angesichts der Gedanken an Pflichtimpfungen, deutlich überzogene Maßnahmen, welche überhaupt keinen Sinn machen, sondern zum großen Teil Druck auf Ungeimpfte ausüben sollen. Und das steht der Politik schlicht nicht zu. Nein, Herr Ministerpräsident, so wenig wie Hessen besonnen gehandelt hat, so wenig handelt die hessische Landesregierung zum Schutz von Gesundheit und Freiheit seiner Bürger. Sie haben wohl wissend, dass Menschen, die geimpft sind, auch infektiös sein können, weiter eine Politik betrieben, die in Impfungen die Lösung aller Probleme sieht und die Widersprüche ihrer Politik zu keiner Zeit anerkannt. Und setzen diese Politik mit ihrer heutigen Rede fort. Das ist unverantwortlich. Sie waren es, Herr Ministerpräsident, der hier am Rednerpult gestanden hat und große Hoffnungen in AstraZeneca gesteckt haben. Bitte, wo finden wir diesen Impfstoff heute noch? Auch da waren Sie der vollen Überzeugung, dass dieser Impfstoff genau der richtige ist. Die große Hoffnung der hessischen Landesregierung wird heute also gar nicht mehr genutzt und dass Moderna in einigen Ländern ebenfalls nicht mehr zum Einsatz kommt oder bei Menschen unter 30 Jahren nicht mehr verimpft werden soll, wird großzügig von Ihnen allen verschwiegen. Anstatt anzuerkennen, dass die Lösung nicht allein und auch nicht größtenteils in Impfungen liegt, haben Sie einen Weg gewählt, der die Menschen in Sicherheit gewogen hat. Sie haben den Geimpften eine carte blanche gegeben und so den Eindruck erweckt, dass nach den Impfungen das Leben wieder normal weitergehen kann. Was für eine Ignoranz wissenschaftlicher Erkenntnisse und was für eine Demütigung der Menschen in unserem Land, welche nun mit Bändchen, so wie hier bei uns, in ihrem Impfstatus selektiert werden, anstatt einfach alle vermehrt zu testen. Dies sind weitere massive Fehler innerhalb Ihrer Politik. Und so hat diese Landesregierung Anfang 2020 das Infektionsgeschehen falsch eingeschätzt, im Sommer 2020 keine Vorbereitungen für den Herbst 2020 getroffen und in 2021 sich zu 100 Prozent auf die Aussagen der Impfstoffhersteller verlassen, ganz so, wie Sie es eben ausgesagt haben. Und dass im Sommer 2021 nicht bereits entsprechende Informationen vorlagen, das stimmt nicht. Wir haben als Alternative für Deutschland ständig im Ausschuss und auch hier im Landtag darauf aufmerksam gemacht, aber Sie haben alles, was wir ausgesagt und wo wir nachgefragt hatten, einfach in den Wind geschlagen. Ihre Corona-Politik hat definitiv nicht funktioniert. Und so ist die hessische Landesregierung im hohen Maße für die epidemische Lage, die Sie hier beklagen, selbst verantwortlich, nicht die Ungeimpften, welchen Sie jetzt den schwarzen Päder zuschämen, um von sich und ihrem Versagen abzulenken. Dazu kommt, dass unser gesamtes Gesundheitssystem in den letzten Jahren immer mehr zurückgefahren wurde. Wir haben massive Probleme beim Nachwuchs. Die Pflegekräfte wurden ob ihres Einsatzes beklatscht und gerade in Ihrer Rede, Herr Ministerpräsident, und auch in der Rede von dem Herrn Wagner eben wieder einmal hochgelobt. Aber die Pflegekräfte wurden und werden eben nicht weiter entlastet. Und so führt das Fehlen von Fachkräften in diesem Bereich zu einem erheblichen Einschnitt und Abbau bei der Behandlung von intensiv zu behandelnden Bürgern unseres Landes. Herzlichen Glückwunsch, meine Damen und Herren. Sie wollen vulnerablen Gruppen helfen, lassen diese aber in Wahrheit allein, indem Sie auch hier die gesamte Verantwortung einigen wenigen übertragen, die bereits so überlastet sind, der Herr Wagner hat das ja eben sogar dargestellt, dass Sie zum Teil lieber Ihren Beruf aufgeben, als sich diese Belastung noch weiter anzutun. Anstatt dies aber offen so auszusagen, wird den Bürgern suggeriert, die Intensivstationen würden mit hauptsächlich ungeimpften Corona-Patienten volllaufen. Und diese wären verantwortlich dafür, wenn schwer kranke Menschen nicht behandelt werden könnten. Wie so oft wird auch hier mit Falschbehauptungen gearbeitet. Denn intensiv zu behandelnde Corona-Patienten stellen nicht den Hauptanteil der Patienten auf Intensivstationen. Nein, meine Damen und Herren, wenn man sagt, dass man sich in der schwersten Krise der Nachkriegszeit befindet und eine Pandemie mit mehreren Wellen über das Land fegt, dann baut man Intensivplätze mit ausreichend Pflegepersonal auf, rekrutiert, was das Zeug hält, und garantiert baut man aus Geldern eines Sondervermögens keine Fahrradwege oder Ähnliches, sondern hilft den Menschen, welche in Not gekommen sind. Bereits an diesem Punkt fällt doch Ihr gesamtes Konstrukt einer angeblich verantwortlichen Politik in sich zusammen. Spätestens als Testcenter abgebaut wurden, man Tests kostenpflichtig gemacht hat und mit den 2G-Regelungen Ansteckungen bewusst herbeigeführt wurden, muss jedem klar geworden sein, dass nicht Ungeimpfte das Problem in unserem Land sind, sondern Regierungsparteien, die sich voran haben und nicht mehr auf einen Weg zurückfinden, der dann tatsächlich den Menschen in unserem Land hilft und ihnen auch weitestgehend freie Entscheidungen überlässt. Die Wahrheit ist, auch wenn Sie diese nicht hören möchten, viele Menschen in unserem Land haben nicht nur große Sorgen, sie haben auch Angst vor der Zukunft und vor einer Politik, die keine Rücksicht mehr auf sie nimmt, die für sich in Anspruch nimmt, Minderheiten zu schützen, aber selbst festlegt, welche Minderheiten schützenswert sind und welche nicht. Die daraus resultierende Ohnmacht vieler Bürger führt zu einer derzeit noch völlig unkanalisierten Wut. Sie dürfen mir glauben, dass diese Wut sich nicht von Ihnen kontrollieren lassen wird und Sie mit Druck und Zwang keinen Millimeter weiterkommen. Denn aufgrund Ihrer Politik haben sehr viele Menschen in unserem Land schlicht ihr Vertrauen verloren, dass Sie tatsächlich im Sinne der Bürger handeln und Ihrem Amtseid auch nachkommen. Sie können weiter die Menschen, die nicht mit Ihrer Politik einverstanden sind, herabwürdigen. Oder so wie die Linken es sehr gerne tun, gegen die demonstrieren, sie ins gesellschaftliche Abseits stellen, sie immer mehr isolieren. Und vielleicht können Sie auch einen Teil der Menschen durch diesen Druck zu Impfungen bringen. Aber überzeugen werden Sie die Menschen definitiv nicht. Hierin liegt die Krux Ihrer Politik. Sie überzeugen die Menschen nicht mehr. Sie wollen sie zu ihrem Glück zwingen. Herr Wagner, Sie haben das eben ganz deutlich gemacht. Und was deren Glück ist, was das Glück der Menschen ist, das legen Sie fest und nicht mehr entsprechen unserer Verfassung die Menschen selbst. Und nein, ein Ministerpräsident, der der Meinung ist, dass direkter Zwang, ich werde das gleich ausführen, in Form einer Impfpflicht oder indirekter Zwang, in Form von schikanösen Maßnahmen, verantwortliches Handeln ist und verfassungsmäßig abgedeckt. Ein solcher Ministerpräsident sollte sich dann daran erinnern, dass sein 12 Milliarden Sondervermögen einkassiert wurde und es hier einen weiteren folgenschweren Irrtum seinerseits gegeben hat. Seien Sie sich also nicht so sicher, wenn Sie davon sprechen, dass es verfassungsrechtlich schon richtig ist. Es brauchte damals schon die AfD, welche in allen Punkten richterlichen Zuspruch erlangt hatte, um Ihnen hier beim Sondervermögen Einheit zu gebieten. Und so muss dieser Landesregierung klar werden, dass eine erfolgreiche und den Bürgern zugewandte Politik nicht durch Zwang, Druck, Schikanen, Bespitzelungen und einseitigen Darstellungen erreicht wird, sondern einzig durch argumentative Überzeugung. Meine Damen und Herren, wir wollen kein Volk der Blockwarte mehr. Wo der Nachbar schaut, ob jemand noch nach 22 Uhr aus dem Haus geht, wo Freunde sich gegenseitig kontrollieren, welchen Impfstatus diese haben, wo man beim Einkaufen einem Verkäufer den Impfausweis zeigen soll und wo die Bürger gegeneinander in Stellung gebracht werden, unterteilt in geimpft und ungeimpft, in vernünftig und unvernünftig, in Impfgegner und Impfbefürworter. Nein, in einem solchen Land möchten wir nicht leben. Bereits wie Menschen, die in unserem Land denunziert werden, wenn sie nur ihre Bürgerrechte einfordern, zeigt auf, wie weit es in Deutschland im Jahr 2021 gekommen ist. Und nein, auch der Einzelhandel ist nicht dafür zuständig, den sogenannten Impfstatus eines Menschen abzufragen. Das geht den Verkäufer schlicht nichts an. Dies unterliegt dem Persönlichkeitsrecht eines jeden Menschen. Und wir wissen alle sehr genau, und ich betone es nochmals, dass diese Einschränkungen, die Sie hier vornehmen, keinerlei wissenschaftliche Basis haben, sondern allein den Druck erhöhen sollen, dass unsere hessischen Bürger, die eine Impfung aus persönlichen Gründen ablehnen, sich impfen lassen. Ein unglaublicher Vorgang angesichts experimenteller Impfstoff, welche eben nicht mit den bisher üblichen wissenschaftlichen Studien über einen längeren Zeitraum auf Herz und Nieren geprüft worden sind. Entschuldigung, die Tatsache ist, wie sie ist. Man muss aber fragen, ob wir diese Impfungen überhaupt als solche Bezeichnungen dürfen, da die Impfstoffe sich in ihrer Wirkweise mehr als zweifelhaft darstellen. Was Sie eindrucksvoll in Ihrer Rede auch dargestellt haben, Herr Ministerpräsident, aber auch da könnte man mit Obduktionen Licht ins Dunkel bringen, denn es gehört zur Wissenschaft aufzuklären und nicht zu verschleiern, meine Damen und Herren, auch wenn Ihnen das nicht passt. Mit Wirkstoffen, die immer wieder angepasst werden müssen, deren Wirkweise in erster Linie dem Eigenschutz dienen und die bei jungen Menschen somit gar nicht gebraucht werden, sondern maximal bei älteren Menschen mit einem schwachen Immunsystem Sinn machen, wird man keine Wellen brechen. Wenn man sich in regelmäßigen Zeitintervallen boostern lassen muss, erhöht sich das Risiko der Nebenwirkungen. Entschuldigung, dass ich bei all Ihrer Euphorie zu den Impfstoffen es wage, hier auszusprechen. Die Nebenwirkungen sind erheblich. Dazu braucht man sich nur die neuesten Studien anzuschauen. Spätestens ab diesem Punkt ist jegliche Impfpflicht in unseren Augen eine klare Körperverletzung und nicht mehr gegenüber jenen gerechtfertigt, die eine solche Impfung nicht möchten und auch garantiert nicht unterschreiben werden, dass sie mit dieser Impfung nicht einverstanden sind. Auch darüber müssen wir sprechen. Denn ohne eine Unterschrift am Amnesebogen und der Einwilligungserklärung fällt nun mal jegliche Freiwilligkeit weg. Sie tragen dann für die Folgen als Regierung die Verantwortung. Denn ein Arzt darf ohne diese Unterschrift gar nicht impfen. Herr Richter, lassen Sie eine Zwischenfrage? Nein, das lasse ich nicht. Außer es gibt hierfür ebenfalls ein Gesetz. Aber dann sind Sie eben nicht mehr bei der Pflicht, sondern Sie sind bei direktem Zwang. Sie sagten, Sie sind für die Impfpflicht, nicht für den Impfzwang, Herr Ministerpräsident. Ob polizeilich nun vorgeführt oder durch Bußgelder, Arbeitsverbot, Ausschluss aus dem öffentlichen Leben, Ausgrenzung und ähnlichen totalitären Maßnahmen verpflichtet, es bleibt sich gleich, es ist unmittelbarer Zwang. Da Sie das alles wissen, dient die derzeitige Diskussion um eine Impfpflicht in erster Linie wohl eher der Mobilisierung. Mehr Menschen zu einer freiwilligen Impfung zu bringen und selbst die Verantwortung für etwas zu übernehmen, was im Kern aber in der Verantwortung der regierenden Parteien liegt, also Ihnen, ein unglaublicher Vorgang, der durch das Infektionsgeschehen mit SARS-CoV-2 tatsächlich nicht einmal ansatzweise abgedeckt ist. Die meisten Menschen haben sich bereits impfen lassen, allerdings zumeist nur, damit sie ihre Freiheit wiederbekommen. Es war eine Freiheit für einen nur sehr kurzen Moment. Einkassiert und vergessen sind heute alle Versprechen, die sie den hessischen Bürgern gegeben haben. Nur ein kleiner Pieks. Die Impfungen sind das schärfste Schwert gegen die Pandemie. Nur noch wenige Wochen müssen wir durchhalten. Wir erreichen dann die Herdenimmunität. Die Quoten, mit denen das erreicht werden sollte, wurden immer wieder angehoben. Es gibt aber schlicht, und wir haben es heute schon einmal gehört, und es stimmt, keine Herdenimmunität. Das haben wir Ihnen bereits vor Monaten klar gesagt, nur es wollte von Ihnen keiner hören, und Sie nehmen es auch weiterhin schlicht einfach nicht wahr. Es kann somit nur richtig sein, wenn Menschen sich impfen lassen oder Medikamente nutzen, von deren medizinischer Wirksamkeit Sie überzeugt sind, wenn Sie überhaupt das Chancen-Risiko-Verhältnis selbst abwägen können. Genau das, meine Damen und Herren, findet in unserem Land nicht statt. Es gibt keine Abwägung, da nicht umfassend über Pro oder Contra der Impfstoffe zu einer Corona-Erkrankung diskutiert wird. Wenn die Impfungen all dem entsprechen, was Sie als Regierung in Ihnen sehen, und davon bin ich überzeugt, dass Sie das darin sehen, Sie sind davon überzeugt, dann können doch die Pharmaunternehmen entsprechend die Menschen überzeugen. Sie können in Kampagnen die Risiken einer COVID-19-Erkrankung darstellen und demgegenüber die Wirkweise Ihres Impfstoffes. Sie können uns Ihre Studien zur Verfügung stellen, in denen Risiken und Nebenwirkungen dargestellt sind, und Sie auch darlegen, warum Ihr Impfstoff nicht so funktioniert hat, wie Sie es im Vorfeld versprochen haben. Sie können die Verantwortung übernehmen, indem Sie für Schadenersatz aufkommen, wenn Ihr Wirkstoff zu Schäden führt. Und Sie können uns darüber informieren, für wen die Impfstoffe Sinn machen, für wen Medikamente hilfreicher sind und wie wir damit umgehen. Wieso wird hier nicht viel mehr informiert und in den Dialog gegangen mit einer Vielfalt an Wissenschaftlern, Ärzten, Pflegekräften und Politikern, die um die besten Lösungen ringen? Wir hatten früh den Vorschlag einer Enquete-Kommission gemacht, die genau so aufgebaut werden sollte. Dies wurde von Ihnen allen abgelehnt. Und wir stellen die Forderung erneut, denn uns wird das Infektionsgeschehen weiter begleiten. Und so stellt sich die Frage nach Maßnahmen, die Sinn machen und vor allem nach einer klaren Zielsetzung der politischen Kräfte in unserem Land. An dieser Zielsetzung hapert es. Denn am Anfang hatten wir allein das Ziel, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Und genau da müssen wir auch wieder hin. Wir werden mit Krankheiten leben. Und auch gesellschaftliche Diskussionen darüber führen müssen, welche Risiken wir bereit sind einzugehen und ab welchem Punkt wir diese massiv eingrenzen. Das aber legen nicht Sie fest, Herr Ministerpräsident, oder die hessische Landesregierung, oder ein Institut, oder die Bundesregierung, oder die Medien. Nein, darüber befinden allein die Bürger unseres Landes und niemand sonst. Aber scheinbar gibt es für Sie nur noch COVID-19. Auf den Intensivstationen liegen aber Menschen mit vielfältigen Krankheiten. Wir kämpfen gegen den Krebs, gegen multiresistente Keime, gegen Diabetes, Herz- und Kreislauferkrankungen und vieles mehr, auch ohne die Menschen dafür verantwortlich zu machen, wenn sie durch ihren Lebenswandel so erkranken, dass sie intensiv betreut werden müssen. Wir sprechen zu wenig über die Auswirkungen der Politik unserer Landesregierung, bei unseren Jugendlichen, also der Zukunft unseres Landes. Wie wirken sich Lockdown, Kontaktbeschränkungen und Homeschooling auf Kinder und Jugendliche aus? Eine einzige Zahl sagt darüber bereits sehr viel aus, meine Damen und Herren. Vor Corona hatten 15,3 % der Kinder eine reduziert gesundheitsbezogene Lebensqualität. Seit Corona sind es 40,2 %. Spätestens hier wird uns vor Augen geführt, dass eine gesellschaftlich breite Diskussion unabdingbar ist. Uns ist klar, Sie werden die Zahlen nicht beeindrucken. Uns beeindrucken Sie aber sehr wohl und wenn bereits unsere jüngeren Generationen jegliches Vertrauen in die Politik verlieren, dann wird sich unsere Demokratie nicht zwingend bessern, sondern eher schlechter entwickeln. Nehmen wir ein aktuelles Beispiel Ihrer Maßnahmen, welche die Menschen tatsächlich in den Irrsinn treiben müssen. Es gilt im öffentlichen Nahverkehr die 3G-Regelung. Wer den ÖPNV benötigt, zum Beispiel gerade Menschen im ländlichen Raum, der kann nicht zu einer Teststation fahren, da er keinen Test vorweisen kann. Selbst wenn er sich impfen lassen möchte, so kann er das nicht gestalten, weil er ja nicht getestet worden ist. Der ÖPNV darf wiederum von Kindern unter 18 genutzt werden, wenn sie das Testergebnis der Schule vorweisen. Schüler wiederum, die über 18 sind und zum Beispiel eine Berufsschule besuchen, für die reicht das Testergebnis der Schule nicht aus. Diese müssen ein Negativergebnis einer offiziellen Stelle vorweisen. Meine Damen und Herren, Ihre Politik scheitert von Welle zu Welle. Diese werden auch nicht aufhören. Denn Sie und auch die Wirkstoffhersteller haben mit der neuen Variante Omikron bereits die beste Ausrede, dass wir uns in einer Dauerwelle befinden, dass alle Maßnahmen leider ins Leere laufen und die bisherigen Impfungen auch nicht wirken, wie sie wirken mussten, die Lösungen aber bereits in neuen Impfungen liegen sollen. Der Staat, meine Damen und Herren, wird zum Dealer der Pharmaindustrie, und der Bürger hängt an der Nadel im Dauerabo der Pharmaindustrie. Nein, meine Damen und Herren, wir brauchen tragfähige Lösungen, welche die Menschen freiwillig mitgehen. Denn wir als Alternative für Deutschland sagen dies in fast jeder Rede zum Thema Corona nur, es hört keiner hin. So sind Sie immer und immer wieder überrascht über das, was kommt. Es ist sehr schön, wenn Sie immer und immer wieder überrascht. Meine Damen und Herren, ich habe hier die Zwischenrufe nicht gehört. Ich höre nur insgesamt eine erhöhte Lautstärke. Ich bitte jetzt einfach darum, dass wir dem Redner wieder zuhören. Danke schön. Sie müssen damit leben, dass man es offen anspricht, wie man es empfindet, auch wenn es Ihnen nicht gefällt. Es hört von Ihnen keiner hin. Sie werden immer und immer wieder überrascht. Aber es wird noch einiges mehr kommen, denn es werden weitere Mutanten entstehen, genauso wie es bei den jeweiligen Grippewellen auch ist. Auch da können die Impfhersteller den Varianten nachjagen, aber nicht im Vornherein agieren können. Das ist die bittere Realität, mit der wir leben müssen, dass Infektionskrankheiten unser Leben beeinflussen. Damit müssen wir lernen, umzugehen. Neben einer notwendigen Prophylaxe bedarf es somit gerade aktuellen Maßnahmen, welche sich vermehrt auf Testungen und vernünftige Hygienekonzepte konzentrieren müssen. Sie können das aus unserem Antrag entnehmen, den wir beigelegt haben. Wohlwissend um die Schwäche der Testergebnisse. Aber es ist eines der wenigen Mittel, welche wir haben, um einen gewissen Schutz zu gewährleisten und das Infektionsgeschehen einzugrenzen. Dies gilt aber für alle Geimpften und Ungeimpften. Die Märchenstunde der Impfhersteller ist beendet. Wir müssen die Realität betrachten, und die ist leider, wie sie ist. Es hat schon etwas mit Glaubensbekenntnis und Religiosität zu tun, wie sehr Sie diesen Impfherstellern folgen. Die Fehler der Vergangenheit aufzuarbeiten, also wieder mehr Geld in unser Gesundheitssystem zu stecken und Pflegekräfte auszubauen, ist eines der wichtigsten Ziele überhaupt. Unsere Volkswirtschaft zu erhalten, die Einzelhändler, Gastronomiebetriebe, Schausteller und viele mehr wieder ihre Geschäfte machen zu lassen, eben auch, weil diese sehr viele Anstrengungen unternommen haben, gemeinsam mit der Politik Lösungen zu finden, ist unabdingbar. Schauen Sie in die Lokale, wie leer es bei denen ist. Die machen sich Riesensorgen bei ihren 2G-Verordnungen. Unser Grundgesetz hochzuhalten und die Menschen sich frei entscheiden zu lassen, anstatt sie zwingen zu wollen, muss die wichtigste Aufgabe jedes Politikers sein. Dies ist ja auch klar definiert, denn jegliche Maßnahmen müssen angemessen sein und auch ein klar definiertes Ziel erreichen. Die uns bekannten Impfstoffe erreichen das Ziel einer Immunisierung nicht. Sie erreichen nicht einmal das Ziel, dass Menschen nicht erkranken und müssen sogar nachgespritzt werden, um zumindest schwere Erkrankungen abzufedern. Allein der Gedanke, hier auf Bürger Zwang auszuüben, ist völlig abwegig und zutiefst verfassungsfeindlich. Aber vielleicht will die hessische Landesregierung am Ende – und das hoffe ich wirklich nicht – mit einer entsprechenden Zustimmung noch die Volksgruppe China oder andere totalitäre Staaten übertreffen. Die Kranken behandeln und nicht die Gesunden krank zu machen, ist ein wichtiger Kernpunkt guter Gesundheitspolitik. Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen zu lassen und gesellschaftliche Entwicklungen ergebnisoffen zu diskutieren, ist ein wichtiger Kernpunkt unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Kindern und Jugendlichen eine Perspektive zu geben und sie nicht von einer Angstpsychose in die nächste zu treiben, damit diese lebensfroh sind und nicht suizidale Gedanken hegen, ist eine notwendige und auf die Zukunft ausgerichtete Politik. Die Bürger unseres Landes haben die Nase gestrichen voll von einer Politik, die sie entmündigt, die ihnen ihre Freiheiten und immer mehr ihres hart erarbeiteten Geldes nimmt. Das ist der Grund für die Demonstrationen. Sie werden es wahrscheinlich nicht verstehen, aber ich kann es sehr gut verstehen. Herr Ministerpräsident, Herr Ministerpräsident, beenden Sie bitte diese unwürdige Politik der Spaltung unserer Gesellschaft. Vielen Dank.